Moin liebe SVS-Fans, ich bin Luca Zander, Rechtsverteidiger, habe die letzten sechs Jahre beim FC St. Pauli gespielt und bin jetzt froh hier zu sein. Perfekt, dann kommen wir zu unseren Entscheidungsfragen. Die erste ist direkt schwarz oder weiß? Weiß. Die Begründung dafür weiß ich nicht, aber ist mir irgendwie als erstes den Kopf gekommen. Okay, Hund oder Katze? Hund, habe ich sogar zu Hause, deswegen ist die Entscheidung relativ einfach. Frühaufsteher oder Nachteule? Mittlerweile zum Frühaufsteher geworden, früher war das mal anders. Singen oder Tanzen? Bin ich jetzt bei beiden nicht so gut, würde ich sagen, aber dann wahrscheinlich eher noch tanzen. Und dann geht es weiter mit Kaffee oder Tee? Kaffee, ja. Also morgens hilft einem das manchmal ganz gut, finde ich. Aber ein guter Tee ist auch nicht verkehrt. Das war's, perfekt. Vielen Dank. Top.